Wenn die irgendwo campen und mit die Staunen gut abgefuckt haben und dann da rein schießen, dass sie dadurch dann noch Schaden kriegen. Ich glaube, das macht auch gut Schaden. Links zu den Replikatoren gehen. Welche hin? 1, 2, 3, 4 Teams glaube ich. Bei uns in der Nähe. Wohin? Ja hier, schnell ballen. Die beiden, die da gelandet sind, die werden zu uns gleich hin kommen. Komm, wir müssen übelst schnell Headshots verteilen. Falsche Seite. Ich auch. Donut 1, R99. Ja, ich bin auch zufrieden. Flatline und R99. Wo fliegen wir denn hin? Weiß nicht. Ich versuche wieder, mich wenig treffen zu lassen. Wo sind die denn? Alle bei Dia zum Teil. Er ist wieder zu dir gesprungen. Hallo, nicht wegspringen. Wo ist der denn jetzt? Da. Ja, siehst du, jetzt ist wieder eine Kiste da. Aber ich weiß nicht, ob das da ran liegt. Wirklich. Toll. Ne, doch gut. Ich lade meine Schilder auf. Hier ist ein Knockdown-Schild. Stufe 2. Lade Schilder auf. Selbst Champions müssen sich der Flamme beugen. Mann. Wer will mich wieder verarschen. Ja. So. Ne, für Flatline könnte ich ein bisschen gebrauchen. Flatline habe ich kein Mann. Ich habe nur Leichte. Ja, dann darf ich nur. Ja, sonst lass doch wieder hier hin. Diese Richtung ruft mich. Dann war am besten direkt hoch. Ja. Oh. Bitte beachten Sie gern verlassen die Stufe. Direkt zum Seil. Oder können wir reinfliegen? Nein. 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 Hier. Ops. keiner da vielleicht doch draußen war nichts jetzt wissen soll dass wir da sind ja ich wollte eine chance geben das gut zwei bis vier brauche ich hier war nicht schon drin weil hier sind türen auf oder was du das hier war auch ganz viel neuer kill spitzen reiter titel sind fluch und ziel zugleich aber ich hätte gern halt wieder ein elektrogewehr links ist auf rechts ist zu ane die in der mitte sind zu so wieder führt mich auf diesen weg meine ultimative fähigkeit ist bereit für etwas action hat er jetzt wieder monik also der bruder ja das ist ein schafft gleichste übersetzung stufe 2 wo ist mein elektrogewehr hier nicht weiß ich nicht ja ja ich habe es ein blöd markiert auf jeden fall hier hoch ist eine höhle die mit dieser bände ich auf der karte doch das ist nicht markiert auf der karte vielleicht das ist irgendwie voll dumm gemacht weiß was ich meine dieses stück felsen siehst du gar nicht auf der karte hier können wir zwei ja da sind spinnen sind oben ja da können wir da vielleicht raus willst du gegen die spinnen kämpfen ok willst du außenrum ja hat jemand das ding benutzt nein wir sind doch ja genau lassen wir den blitz ableiter kommen unsere schilder will schilder wir machen ja ist egal erst ein ballon vor uns was das wofür ist er ja aber ich hatte erst ein ballon zum hochfliegen ich wollte nur eine höhle und woher das ist nicht der blitz auch der ist zum hochfliegen ja habe ich gesagt jetzt zum hochfliegen ja weil er so anders aussieht ja weil der normalerweise sind ja rot ja toll ich bin wieder in der zon oder doch nicht ich ist ja ein bisschen höher als die anderen ja habe ich auch so ein gefühl ja okay der ist höher aber es lohnt sich gar nicht warum ja doch ein paar drachen töten nein jetzt fliegt er weg aber weil ich zu nah an dem gelandet bin ist er weg geflogen noch 27 dann habe ich lila was schmeiße ich wieder weg eine granate schmeiße ich jetzt weg ich habe ein lila schild wie viel brauchst du noch 222 ja komm dann nimm du dort ich hole ein blaues gleich egal ich verbessere das auch mal eben schnell dann verbessert das doch nicht ich komm bruder keine sorge die zone ist ja noch nicht so stark eine minute bis der ring sich schließt und ist hier noch zeit ist das oben oder ich glaube schon kannst du nicht hier hoch mit dem seil ich klettere gerade nein kannst du nicht die herstellung läuft nur noch einen augenblick 30 sekunden ich muss mich so direkt neue spritzen gefunden sogar perfekt jetzt hab ich gar n gab es hier ne sniper? bei dem mundi liegt ne 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 verarsche komm komm ich komm wo willst du hin? keine ahnung ich hab da was markiert guck mal hier hier ist ne kiste blau ok ok ich muss los werde verfolgt oder köder auf die ganze karte hinter mir laufen anscheinend nicht jetzt aufgegeben ich frage es ob jetzt jemand schlecht hochkommt replikator landet meine lieblinge jetzt schon mal gut in die zone oder willst du hier warten und dann ich weiß nicht die antenne ist außerhalb glaube ich da sind schon fast dass man da vielleicht das garten schuss hergekommen hast du es einfach oder was hast du ich habe er 101 und der 99 du könntest noch mal das ding machen ach so er hatte ich vor aber ich habe falsch gedacht hier sind phoenix kinder ja das habe ich ja auch vorhin markiert ja ich habe schon ich will nicht noch mehr aber du hörst mir ja nicht zu warum sollte ich lass mal lieber eine zone rein ich weiß nicht vielleicht da oben oder hier unten wenn das höher also dass wir nehmen das was höher ist aber da oben haben auf jeden fall gegner ok da wollte ich jetzt noch fünf punkte hätte ich meinen schild noch mal schnell oder was meinst du weiß ich nicht ja ja halt beste position würde ich sagen wochen denn der wurde markiert hast kein bis körper geht lektrogewehr auch nein was aber auch nicht so gut ist alles kack da sind auch dinge ja ich habe jetzt die longbow genommen zwei bis vier eins bis zwei die er selbst schafft brauche ich nicht mehr weg da wir haben einen neuen kehlspitzen reiter boah mir gefällt diese zone gar nicht ne ich geh mal nach hier vorne zu der ecke hier flamme führt mich auf diesen weg das ist echt ne kack zone ich geh hier hin ich bleib hier wo ich jetzt bin weil zur not kann ich mit dem seil hoch jetzt ist das wir okay wir sind da hinten ja wir sind nur noch wir und die ich weiß ach so gab aber noch ein sport angezeigt ja die haben die hat geschafft und dann genau da im haus waren die 30 sekunden und das hat einer hingeflogen und dann war auf einmal schade dass ich kein weiteres was ihr habt wir sind darunter geschwungen wenn man es nicht laufen an der wand in lang ich meine zehn sekunden meine lieblinge einer links ich weiß dass er hingesprungen nicht geschafft zu markieren ein gegner aber ich weiß weiß nicht wo einer ist da der andere ist noch da ja der andere ist vor mir irgendwo der andere ist irgendwo da glaube ich es ist irgendwie komisch die laufen weiter nach links ja mach einfach mal vor mir den habe ich den habe ich versuch die hinzuhalten ich bin in meine ulti reingelaufen ich mach grad phoenix ich mach phoenix hat das da der kommt der kommt der kommt zu dir der weiß wo du bist der kollege von dem ja ich weiß der ist aber kacke also der ist kacke und dann tot der war echt kacke sein kollege hatte ein rotes schild aber ich habe besser geschossen die waren so schlecht ich glaube sein kollege war ganz gut nur der letzte war kacke ja ja